Hallo Ulrich! Ja, hallo Karl! Du hattest ja schon das neue Annafest-T-Shirt an. Ja, das hab ich jetzt extra an, damit man es besser sieht. Ja, das 22. Annafest-T-Shirt wurde mit höchster Präzision gefertigt. Ja, das heißt, Sie haben Ihr Ziel erreicht, auch wir haben schon fast unser Ziel erreicht. Apropos Ziel erreicht, wo gibt's denn jetzt dieses wunderbare Shirt zu kaufen? Ja, das wunderbare Shirt gibt es in der Tudistinfo am Rathaus oder bei Schmidt-Hogger in der Hauptstraße. Aber ich hab leider keine Zeit, muss meine Haare föhnen. Ja, demnächst, wenn ich meine Nivea aufgelegt habe, gibt es die Shirts auch am Annafest. Ja, wunderbar, dann sagen wir ganz schnell, Annafest! Annaloch, Annafest!